Die Fabel vom Vogel Ein kleiner Vogel flog wegen des harten Winters in den Süden. Er war jedoch spät dran und es war schon sehr kalt. Der Vogel fiel steif gefroren auf den Boden. Während er dort so lag, kam eine Kuh des Weges und ließ einen Fladen auf ihn fallen. Der steif gefrorene Vogel begann aufzutauen und merkte, wie schön warm es in dem Kuhfladen war. Er war darüber so froh, dass er ein Freudengesang anstimmte. Eine vorbeikommende Katze hörte ihn, folgte dem Gesang, fand den Vogel, holte ihn aus dem Kuhfladen hervor und fraß ihn auf. Und die Moral von der Geschichte? Nicht jeder, der auf dich scheißt, ist dein Feind. Und nicht jeder, der dich aus der Scheiße holt, ist dein Freund. Und wenn auch du mal wieder in der Scheiße sitzt, dann halte einfach mal die Fresse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017